Vor rund 120 Jahren wird der Traum vom Fliegen Wirklichkeit und verändert die Welt für immer. Airports wie der STR sind besondere Orte. Jeden Tag brechen hier Menschen auf zu neuen Zielen. Familien und Freunde fallen sich beim Wiedersehen in die Arme. Fracht startet ihre internationale Reise. Stillstand ist keine Option. Gleichzeitig gilt, wer einen Airport betreibt, hat große Verantwortung. Flughafen Stuttgart, STA, hat sich als Ziel gesetzt, der leistungsstärkste und nachhaltigste Flughafen Europas zu sein. Meine Vision ist, wir müssen nach den Sternen greifen. Und ich möchte nicht in den Ruhestand gehen, bevor wir emissionsfrei fliegen. The Fairport. Fairport? 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 Was heißt das eigentlich? Wir freuen uns schon das ganze Jahr auf unseren Urlaub, der jetzt hier am Flughafen Stuttgart endlich beginnen kann. Fairport heißt für mich, dass ich meine Familie in der Heimat besuchen kann. Stuttgart International Airport adds real convenience to my life as an expert living in Stuttgart with my family. Fairport heißt für mich, dass wir allen Passagieren eine schnelle und reibungslose Reise ermöglichen. Ich sorge mit meinem E-Bus dafür, dass die Fluggäste sicher und schnell an ihr Flugzeug kommen. Am Flughafen arbeiten Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten. Bei manchen Jobs ist Muskelkraft und Organisationstalent gefragt. Bei anderen Adleraugen oder soziale Kompetenz. Gemeinsam mit unserem Team werden wir den Flughafen klimaneutral machen. Unser großes Ziel ist Net Zero im Jahr 2040. Damit wir auch weiterhin Baden-Württemberg mit der Welt verbinden können, ist die Transformation zum klimaschonenden Fliegen unerlässlich. Fliegen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, was für viele nicht zusammenpasst, füllt der STR schon seit Jahrzehnten mit Leben. Unser Masterplan ist der Schlüssel, um unsere Emissionen auf Null zu bringen. Und wenn wir den Plan gemeinsam umsetzen, dann schaffen wir das auch. Ich habe den Flughafen Stuttgart als Innovator und Förderer kennengelernt. Zusammen haben wir das wasserstoffelektrische Fliegen vorangetrieben und werden damit die Luftfahrt revolutionieren. Und das ist die Zukunft des Fliegens. Der Fairport. Der Fairport. Der Fairport. Der Fairport. Der Fairport. Die Fairport. Fairport heißt Zukunft gestalten. Für mich heißt Fairport, füreinander da zu sein. Innovation und Fortschritt. Dass wir eine große Familie sind, für die Sicherheit aller auf dem Flughafengelände zu sorgen. Fairport bedeutet für mich, dass wir daran arbeiten, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Einen klimafitten Flughafen zu haben, den wir alle mit gutem Gewissen nutzen können.